und damit ein herzliches moin und willkommen zurück bei kontrol und ja ich würde sagen in der letzten folge haben wir uns einen weg hier hoch gemacht und ja jetzt mal gucken let's go okay irgendwas sagt uns das ne haben wir vielleicht ein bisschen ein was zum teufel ist das was ich hier suchte droht mit so einem kleid ich will die knarre eigentlich gar nicht aufheben ich kann hier sonst auch nichts anderes aufheben also ich würde sagen na komm let's go und das war's mit dem poster objekte der macht sind entweder ergebnis oder ursache von awi gewandelten weltereignissen störungen unserer vermeintlichen realität so die amtswaffe kann man natürlich als musterbeispiel ansehen für ein odm und zwar ein sehr wichtiges teil der dna der behörde zentrale komponente im primärkandidatenprogramm wer dieses russische roulette überlebt hat gewonnen ok Okay. Okay, wir können spü- Okay. Okay. Da hinten ist unsere Wumme, alles klar. Hui. Ähm. Uh. Wie siehst du denn aus? Du kleiner Körperklaus. Okay, und wir... Das sind so blaue Dinger. Geil, sowas hätte ich auch gern. Das wäre ein cooles Thumblay. Okay. Okay. So. Jetzt habe ich eine Waffe. Okay, man kann den Blickwinkel ändern. Da. Ah, okay. Die lädt sich automatisch nach. Der Chord. Regeneriert sie automatisch die Munition, wenn sie nicht im Einsatz ist. Ah, ist klar. Was sind diese blauen Bubs? Ah, das ist wahrscheinlich Lebensenergie. Ah, das ist wahrscheinlich Lebensenergie. Okay. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, okay. Ja, das ist Lebensenergie. Okay. Wow, 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 wow. Tschüss. Okay, ich will immer noch R drücken zum Nachladen. Okay, Gegner lassen die Lebenselemente fallen, wenn sie Schaden erleiden. Sammle die Lebenselemente ein, um Leben zu generieren. Da kommt etwas. Die Bedrohung. Ein Angriff. Flächen aus den Rentoren. Die Behörden schützen. Hast du das gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Da draußen ist es ruhiger geworden. Ist es sicher? Okay, mit dem... Wow. Okay, das kann ich jetzt auch. Gut. Was ist das? Du darfst das nicht zulassen. Du darfst das nicht zulassen. Du darfst das nicht zulassen. Du hast es gestoppt. Okay, wow, 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 die schießen. Wow, 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 wow. Okay. Wenn wir das jetzt so auf... Schade. Da ging die Tür nicht auf. Oh, geil, so würde ich auch gerne. So würde ich auch gerne können. Okay, da gehen wir weiter in die Behörde vor. Schade, dass man da nicht durch kann. Da bringt auch nicht viel, okay. Ich will ja mal nachladen. Das ist schlimm. Oh. Weißt du was, wir machen mal... Wir räumen mal um. Sehr geil. Gefällt mir. Tabulator, Karte. What? Okay, wir sind da in der Geschäftsle... Alter. Schade, da können wir nicht durch. Das ist Panzerglas. Das ist Panzerglas. Da hilft unsere Psy... Die Hotline. Ein sicherer Kommunikationsweg. Anweisung... zur Hotline. Die Hotline, sagt der Tote. Okay. Okay. Oh, da kommen so ein paar. Okay. So, die Jungs können wir nicht mehr durchgefährlich werden. So, der hat es hinter sich. Okay. Meine Psy-Kraft reicht dafür nicht. Aus. Wah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, okay. Sie können in die Deckung. Okay, mal weg. Okay. Was sind das? Natürlich weiß die KI genau, wo ich bin. Äh, sind das Menschen? Okay. 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 Hey. So geil. Labern die. Du bist davor. Du fließt durch die Zart. Das Donnerlieb verzerrt dir nichts. Glück kommt. Weiße Kerlen, die gelb und roh erscheinen. Weiße Kerlen. Der Spiegel dreht es herum und macht es richtig. Okay, der Spiegel dreht es herum und macht es richtig. Was? Okay. Ähm. Woll ich da rein? Okay. Wow. Was ist denn das für ein Spiel? Sag mal. Ähm. Ähm. Feral Bureau geheim. Nur für Marshall bestimmt. Marshall. Wir haben uns den AWE im. Du Loot angesehen. Da war nichts. Wie das Feuer im Haus. Äh. Wie das Feuer im Haus davor. Und der kaputte Wäschetrockner davor. Mein Team, äh. Hat diese Blinkgänger langsam echt satt. Wir müssen eine bessere Methode finden, echte AWE von falschen zu unterscheiden. Wie dem auch sei. Wir sind auf dem Weg zu Sherman, zur Sherman Range. Die als nächstes auf der Liste steht. Wir hoffen dieses Mal, dass da etwas, dass es da etwas lebhafter ist. Hochdaten uns voll. Spezialagent Keenum. Okay. Hauserinnerungen. Wow. Sowas hätte ich auch gern. Äh. Wo sehe ich hier die, die, die? Ah. Okay. Die Gegenstände. Da. Nicht definierte Werte. Okay. Geschäftsleitung. Buserinnerungen. Materialien. Okay. Äh. Amtswaffe. ODM 1 KE. Isolationsprozedere. Kein besonderes Prozedere nötig. Beschreibung. Äh. Beschreibung. Para... Was? Para... Utilität. Die Form des Objektes ist variabel. Wenn es gebunden wird. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt... Para... Utilität... 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 Schwieriges Wort. Äh. 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 Dieses Objekt darf nur von Personen gebunden werden, die die Rolle des... Übernehmen... Äh. zu übernehmen suchen. Das Objekt bestimmt, ob... Keine Ahnung. Abgelehnte Bewerber werden dabei eliminiert. Diese Prozedere... Dieses Prozedere wird vom... Es diktiert, wo die Kriterien unbekannt sind. Hintergrund. Das Objekt wurde im ältesten Haus entdeckt. In den Raum, der jetzt das Büro des Direktors... Äh. Als Büro des Direktors dient. Es wird allgemein angenommen, dass viele Formen in der Geschichte, Mjölnir, Excalibur, Varunastra, alle Waffen, die ihren Besitzer, keine Ahnung, großen Sieg brachten, oder große Macht brachten. Äh, wenn die Waffe, äh, wenn Objekte der Macht die Konvergenz der Kräfte sind, die auf dem kollektiven Unbewusstsein basieren, dann kann dies die ursprüngliche Manifestierung dieses Ereignisses sein. Wenn das der Fall ist, wird, okay, auch schon eine Aufzeichnung, Trench, Zischung, Zischerwache, was? Die Behörde, äh, die Behörde, äh, die Behörde arbeitet viel internes Sicherheits... Ah, nochmal neu. Für die Behörde arbeitet viel internes Sicherheitspersonal. Die Zischer haben das schnell zu ihrem Vorteil genutzt. Die Zischerwachen nutzen die gebräuchlichen Hinterschaftlader, Gewege, was? Die sie vor dem Befall hatten, während gepanzerte Wachen Vorderschafts- und Replikierflinten tragen. Ach, das sind Waffen, okay. Äh, es wurden keine paranatürlichen Fähigkeiten bei ihnen, bei ihnen beobachtet, mit Ausnahme bestimmter Zischerwachen, die durch ihren... die durch einen dichten Resonanzschild des Zischens geschützt sind, der Kugeln aufhalten kann. Ist dieser Schild ein Ergebnis längerem Befalls durch das Zischen? Greift das Zischen im organischen Wirten mit der Zeit heran? Wir brauchen mehr Daten. Haben die Zischer einzelne Ziele mit Kampftraining ins Visier genommen? Hat das Zischen dieses Erkenntnis-Wien-Niveau? Nutzen sie... Nutzen sie Wirte für Aufgaben, die sie am besten... die sie am besten geeignet sind? Sind Wirte mit Kampftraining dem Kampf vorbehalten? Das sind alles Fragen, die später geklärt werden müssen, aber es ist offensichtlich, dass eine befallene Person das Wissen über die Verwendung ihrer Waffen bewahren. Okay, Zischer, alles klar. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AWE, gewandelten Weltereignissen. Störungen unserer vermeintlichen Realität, notieren Sie. Auch Ihre Verbindung zur Astralebene untersuchen. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt, der hat gewonnen. Verlierer, nun, die werden gefeuert. Danke. Ich bin Dr. Darling, Forschungsleiter im Federal Bureau of Control. Okay. FBC. Ah, man kann den auch schließen, alles klar. Alter, was labern die alle da? Das ist manchmal sehr gruselig. Ich räume hier mal ein bisschen um. So. Äh, Sammelobjekte, Schriftverkehr. Abendessen-Reservierung. Reservierung zum Abendessen um 19 Uhr in Schömbre. Oder Ambrie. Ehefrau trifft sie dort. Bekommen sie nicht, äh, kommen sie nicht zu spät. Blumen liegen für sie an der Rezeption in der Lobby bereit. Nicht vergessen, sie, wie, sie wird 46. Wow. Don't let moles pitch a ride. Tschüss. Okay. Das ist hier richtig strange. Äh, Missionen, Ausrüstung. Wo ist, wo ist nochmal die Karte? Ah, hier. Ah, hat so ein bisschen was von Diablo-like. Zentrale Geschäftsleitung. Moin. Kannst du es für mich? Das Zischen, das vorhin in mich einkriegen wollte. Das Zischen hat sich in alles hier reingegraben. Ist das Zischen dein Fein? Gut. Es ist unser Feind. Dieses Geräusch ist ansteigend. Es gräbt sich in dich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann zu summen. Okay, ich musste teilweise auch nochmal ein bisschen lauter machen. Okay. Die Musik ist hoffentlich nicht Copyright geschützt. Okay. 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 Wer lesen möchte, der kann kurz anhalten. Ich mache das nicht mehr. Meine Güte. So viel lese ich noch hier. Auch wenn man dadurch sehr viel weiß. Besucher-Evaluation. Okay. Gegründet 1964. Als Teil der Bemühungen zur Stärkung der Regierungsbeziehungen. Wir sind stolz auf die Wahl. Natürlich. Okay. Die labern alle dasselbe. Das ist so ein bisschen verwirrend, dass ich mit Ärger halt... Okay. Okay. Schuss. Schuss. Okay, wow. Na toll, da ist natürlich wieder. Moin. Someone else. Okay, was ist das? Und das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschöö.